So, das ist mein Zuhause in den USA. Mal so gucken. Einmal so, around here. Lange Straße. Ja, wie aus Völmitar, das ist ja auch schon mal gesagt, ne? Das ist unser erstes Auto, das ist der Expedition. Na, gehen wir mal zu den nächsten. Dann haben wir der Stolz der aller Familie. Und der Pick-up von Joe für seine Firma. Dann der Basketball-Corp zum Basketball-Spielen. Wenn Joe und Stormy arbeiten sind. Das ist der Jeep und Stormy. Richtig nice. Dann, erste Garage, zweite Garage. Hier, alles voller Crap. Nicht gerade so aufgerollt. Dann sind ein paar Fitness-Geräte. Da auch noch so ein Gerät. Jetzt gehen wir in den Garten. bevor wir ihn ins Haus schränken. Haben wir gleich mal für die American Barbecues einen fetten Grill. Schicke Hollywood-Jockel. Und der Hund kommt eigentlich auch gleich schon entgegen. Das ist unser Wohnwagen, der hier im Garten steht. Wir haben noch ein RV. Das ist, sagen wir mal, ein Wohnwagen zum Fahren. Ich weiß nicht genau wie das heißt. In Colorado. Wo wir dann ja auch meistens hingehen. Ja, General. Ja, dann Schaukel von was weiß ich. Und dann haben wir hier das Playhouse. Das ist für Cheyenne. Und wenn Leute übernachten, können die hier ins Playhouse gehen. Das ist einfach nur noch Haus zum Spielen. Können wir mal reingehen. Eigentlich voll die krasse Idee. Und dann hier oben halt. Ah, hier haben glaube ich letztens Decoder, äh, ein Freund von ihm. Geschlafen. Sind wir mal auf dem Weg. Haben wir unseren ersten Four-Wheeler. Das ist der Fährzucker. Für ca. 40 oder 60 Meilen. Aber das ist nearly 80, 90 kmh. Dann das Dirtbike von Joe. Dann das Go-Kart von Decoder. Öffnen wir mal hier den Schuppen. Oder was das ist. Dann haben wir eine zweite Vor-Wheeler. Dann hätten wir noch einen kleinen Vor-Wheeler von Decoder. Dann hätten wir noch so ein Fitnessgerät. Ja. Dann haben wir einen Helm und was weiß ich. Alles. Nicht gerade so interessant. Es macht alle Spaß. Einfach nur mit den Vor-Wheelern. Durch die Berge von Colorado zu drehen. Das ist der Garten. Wie gesagt. Arie. Hier im Garten. Und den anderen in Colorado. Und der Hund. Und mein allzu-geliebter Football. Und mein allzu-geliebter Football. Dann gehen wir mal wieder nach vorne. Hier das ist was nicht. Scheint wohl ein Whirlpool zu sein. Ich weiß es auch gar nicht genau. Ich glaube es ist Whirlpool. Wir essen Whirlpool. Hier wieder in die Garage. Um nach vorne zu gehen. Ach nein. Hier kommt man theoretisch auch ins Haus. Wie gehen wir also hin. Vordereingang, wie es sich gehört. Ja. Hier der Garten. Da streckt sich auch noch bis dahin. Und links um die Ecke. Das ist auch so. Na ja. Gehen wir mal rein. Eine Minute Stuhl. Oh. Wir sind hier gerade ungefähr. 35 Grad. Ja. Das ist Charlotte. Amanda. Hey. Take your picture. Okay. You smile really good. Yeah. What? Yeah. I am recording a video. That I will send to Germany. This is Cheyenne with a monkey mask. Haha. Really scary. Huh? What? Can I see? Can I see? I am still recording. Oh. This is Dakota. Sitting lazy in his chair. For watching TV. Haha. What a joke. I am just kidding. Ja. Das ist ein Wohnzimmer. Das ist ein Wohnzimmer. Ja. Das ist natürlich hier immer heiß. Also wir brauchen auch Ventilatoren. Oh. Keine Ahnung. Oh. 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 vai das auf dem Schatz. Oh. 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 Das ist. Das ist schatz. Ich bin schaufte der Manda. Und so haben wir was fixin' zu dem Supper. Das ist ein Knife, das ist ein Kitchen. Ja, wot, 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 wot. Oh, du wot, 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 wot. I know Dakota was a monkey mask. Ha, 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 ha. Oh, no. Cheyenne is crying. She's still crying. The room for... The room from Dakota and Cheyenne? Was I said, like, this is, that's what I was saying. I'm not my. ja die Kölner die Kölner ja er hat die die ja die Kölner mit der er und ich habe ein weiteres ja also so zu sagen die beiden Wohnzimmer hier Guitar Hero DVD-Sammlung Greenland Sportgeräts Pony von Schäden noch mehr DVD und Videos von Home Theater Laufband dann schreibt er, dass ich meine Hausaufgaben machen kann und ein Computer ja, jetzt gehen wir mal in mein Zimmer ja, mein Computer hier ein paar Schwul-Sachen, Kram ein Spiegel und ja, dann von meiner Familie, was ich bekommen habe, bevor ich hier aufgezählen bin meine Erinnerungstapete Good luck and learn von meiner ganzen Familie, Fotos ja, hier ist mein Bett hier ist alles, was ich hier noch mehr Sachen hier